Serienmäßig ist im E90 ein Dreiecks-Domstrebe aus Stahl verbaut. Diese lässt sich durch die Aluminium-Domstrebe des M3s austauschen, welche einen Tick leichter ist, etwas steifer und außerdem mehrteilig, sodass einige Schrauberaktionen nach dem Einbau leichter durchführbar sind. In diesem Video zeigen wir euch, wie man die M3-Domstrebe in einem Serien-Dreier einbaut. Mithilfe einer Achternuss schraubt man zuerst die sechs Schrauben des Mikrofilters ab und demontiert danach die Brücke, die darunter liegt. Unter einer Plastikkappe verbirgt sich die Zentralschraube der Domstrebe. Diese kann man mit einem E18 Außentorx lösen. Mit einem E14 Außentorx kann man die beiden verbleibenden Schrauben der Streben am Dom lösen und die Streben dann herausziehen. Im Bereich der mittleren Zentralschraube befindet sich eine Abdeckung. Diese ist mit drei Schrauben befestigt, die mit einer 13er Nuss gelöst werden können. Nach dem Lösen dieser drei Schrauben kann die Abdeckung nach vorne herausgezogen werden. Zuerst klipst man die Gummitüllen aus der Abdeckung aus. Das M3-Dom-Streben-Dreieck wird dann links zuerst eingefädelt und schließlich die Tüllen wieder montiert. Das ganze Element kann nun wieder eingebaut werden, dabei die Windlaufdichtung etwas nach oben drücken, um Platz für den Einbau zu schaffen. Ab und an durch die Öffnung für die Zentralschraube kontrollieren, ob nicht irgendwelche Leitungen für die Scheibenwischdüsen eingeklemmt werden. Zuletzt das Element wieder festschrauben. Darauf achten, die mittlere Schraube unterscheidet sich von den äußeren Schrauben und ist durch eine etwas dickere Unterlegscheibe zu erkennen. Als nächstes löst man die drei Schrauben des Domlagers am Federdom, montiert den neuen Domstrebenring und schraubt diesen zunächst handfest fest. Nach dem Einsetzen der neuen Alustrebe werden auch hier die Muttern und Schrauben erstmal lose befestigt. Das gleiche wiederholt man analog für die andere Seite. Mit einem Drehmomentschlüssel zieht man nun zuerst die Schrauben der Domstrebe mit 34 Newtonmeter fest. Dann setzt man die Zentralschraube oben ein und zieht diese lose fest. Als nächstes zieht man die Schrauben am Domlagerring ebenfalls mit 34 Newtonmetern an. Erst jetzt wird die Zentralschraube der Domstrebe oben mit 100 Newtonmetern festgezogen. Zum Abschluss zieht man die verbleibenden Muttern der Domstrebe auch mit 34 Newtonmetern an. Danach muss nur noch die Brücke unter den Mikrofilter und natürlich der Mikrofilter zurückgebaut werden. Zum Abschluss natürlich auch zur Frage, merkt man den Umbau? Kurz gesagt, ich denke, diesen Umbau werden eher nur äußerst sensible, sehr sportlich fahrende Fahrer merken. Für alle anderen bleibt zumindest die Freude an einem äußerst gut verarbeiteten Bauteil aus der M3-Serie. Durch die mehrteilige Beschaffenheit der Strebe können außerdem Arbeiten, wie zum Beispiel am Ventildeckel oder der Zündanlage, etwas einfacher durchgeführt werden. Ich hoffe, euch hat das Video geholfen und gefallen. Wie immer Teilenummern, Teile und Drehmomente in der Beschreibung. Und damit ciao und bis zum nächsten Mal.